morgen leute herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal wie ihr seht bin ich gerade im wald am trail und ich nehme euch heute mal mit wie ich den trail baue so in zeitraffer ich muss jetzt noch meine schuhe wechseln weil ich natürlich nicht mit den klickschuhen bauen kann dafür habe ich meine geilen adidas schuhe und dann ziehe ich jetzt mich mal um und dann zeige ich euch erstmal was heute so plan ist und dann legen wir los würde ich sagen die tools die ich nutze ganz einfach erklärt die fake mccloud so wie wir sie nennen kriegt ihr bei obi und eine fiskas säge kann ich fiskas empfehlen ist gut so der plan ist dann jetzt hier die line durchzulegen irgendwo da hinten lang müssen wir gucken ich nehme euch mit ich würde sagen wir legen erstmal los hier die bäume weg zu kriegen das war jetzt erstmal der erste schritt wie ich eine line lang lege so dann kommt jetzt das gute tool zum einsatz erst mal machen wir uns plan ich würde hier einfach geradeaus durchgehen und überlege ob ich da noch einen sprung baue das gucken wir dann so dann machen wir jetzt erstmal frei bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020